Hallo und herzlich willkommen bei PanneTV, hier bei Daisy und wir sind hier Anfang Elektro, da wo die Tankstelle ist und wir werden gleich ein Alien treffen namens J5, vielleicht aber auch nicht, weil er sich immer gerne versteckt, selbst in der Tankstelle liegt da zu essen. Ja, ich bin froh dich zu treffen, dann kann ich die eine Waffe hier nichts mehr ablegen, das geht mir vielleicht auch um Sack, die mal wieder aufzuheben. Auf mir auch, bin ja warm. Da kommt ein Zombie, das bist nicht du. Ich bin Scheiner. Der Scheiner, kleine Träume, da 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 da, ja daneben gesprungen. Ah, noch ein Military Zombie. So, bin ich jetzt schon an dir vorbei, sagt wieder nix. Ja, aber wenn du bei der Tankstelle bist, wird dir die Toppenstehkonferenz. Ich war bei der Tankstelle, ich bin schon an der Scheine. Also nicht. So, ich näher mich dem Wohngebiet. Ich höre Schritte. Das ist mein Ding. Was ist das denn? Spiel dich mal um und bück dich. Oh, ist aber gut. Modig, also zumindest farbig eingekleidet. So, ich bin jetzt satt. Ey, guck mal, die Tür ist sogar ein Spalt aufgegangen. Ja, ich weiß, dann kommen wir da um diese rein. Das ist aber ein gewittriges Wetter heute hier, ne? Ja, das ist aber ein gewittriges Wetter heute hier, ne? Das ist aber ein gewittriges Wetter heute hier, ne? Ja, hier kannst du alles munizieren, lege ich dir hin. Wolltest du die nicht mitnehmen? Was? Die Repeater. Ich habe nämlich keinen Bock mehr, zwei Waffen rumzuschleppen. Was ist da? Hä? Was ist da? Wir haben lediglich viel Beine ausgebeißt. So. Wo ist er? Geh weg, geh weg. Geh weg. Ach, du hast auch ne Angst, was hat die denn hier? Hey, du, weg, geh jetzt nicht mehr. Boah, das Schwein hat mich ab. Ja, wie du auch weggehst, wenn ich sag, geh weg. Doch, ich geh ins Eck zurück von der Gartenfahrt. Ja, als rauslaufen war. Naja, ja. Dann hätte ich mich eh um ihn kümmern können. Wie viele Bandagen hast du? Genug? 200. Ich will nur nicht, dass wir auch gleich irgendwie... Weiß auf, so. So muss ich auch... Eins unserer ersten Videos. Geht bei allen Dingen. Das war ganz irgendwo anders. So, genau. Treffend Sinn. Das ist nicht an der Feuerwache. Äh, ja. Was hast du denn jetzt vor? Ich wollte dich treffen. Mit der Axt. Ja, irgendwo wo wir was zum Ballern herkriegen. Das ist mir scheißegal, wo. Nachweich noch was auch nicht. Mit den Feuerwachen warst du schon. Ja. 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 Ja, dann. Ich weiß nicht, was meine erste Aktion mit dem Charakter hier war. Mitten in Tscherno mit einem Baseballschläger drei Zombies erledigen müssen. Das hat sehr viel Blut gekostet. Das hat sehr viel Blut gekostet. Aber ich hab's überlebt. Supermarkt, genau. Ja, da hab ich eben auch Munition gefunden. Aber nicht ohne meine Axt. 380er wieder. Die Zange. Ich bin im großen Raum. Ich hab keinen Zombie. Wo ist denn? Ist er bei dir? So. Dote. Hier ist noch was zu essen. Und 380er Monie. Ach, hier in diesem Eckhaus ist er auch immer sehr. Ich geh mal ins Eckhaus hier gegenüber. Kreiszeit. Eine Crowbar, eine Crowbar, die ist lustig. Eine Crowbar, die ist schon. Taschenlampe, Kugelschreiber. Dicker Rucksack. Bücher, Bücher, Bücher. Draußen ein Sack überm Kopf. Oh, die Tür ist zu. Die ist ja ganz nie zu. Es hat, es hat viele Bücher. Ich bin ehrlich gesagt, das ist schon sehr, sehr lange her, dass ich im Kopf meine SKS-Belitzung bin. Ja, richtig. Die letzte, die ich so gefunden habe, waren in der Mitte. Wo sind wir? Elektro. Ich bin da. So, beweg mal den Arsch, Mann. Ich bin draußen. Ich bin immer noch. Beweg mal den Arsch, ich warte aufs Licht. Ja. Immer so, bitte. Ich werde hier. Hüpf. Oh, da, ein schöner Platz. Brenne, Dick. My face is melting. Ah, ich kann die Deck von Poyen. I'm burning. Ah. I'm burning, I'm burning, I'm burning. Da, ja, da, huah. Ah, das. Das enttäuscht mich jetzt schon ein bisschen, man kann die Steine attachen und stacken, aber es nützt nichts. Ich bin jetzt in keinem optischen Aspekt. Das ist ja nicht so, man. Läga fäi a Musik, o kommentier. Läga fäi a Musik. Wow Lava für die Musik Ich stehe jetzt im Feuer, wegen dir. Ich kann mich nicht bewegen. I'm breaking out. Den kann ich unten da laufen. Aber den Börlap selbst, den kann ich dir jetzt mit dem Kopf, die ich kurz zeige, fort machen, fertig. Kann ich gerade so ein bisschen Lagerfeuer-Romantik machen, Mann, 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 Mann. Börlap. 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 Musik So Was machen wir denn jetzt? Du Penner Ich bin hell wieder auf die Was ist denn jetzt rum? Was ist denn jetzt rum? Wenn ich ihn in die Hände nehme, kriege ich kein Menü Ähm Dann habe ich versucht, wenn wir gehend kaufen Ich kann mich nicht mehr fragen Ich habe versucht, hell wegzunehmen Sack über den Kopf Aber es legt ihn die Fahrer ein Weil heute habe ich schon mal versucht ihn mir selbst über den Kopf zu ziehen Das habe ich schon ein paar Mal geschafft Aber irgendwie Der selbst über den Kopf ziehen Ja So Irgendwann konnte eine Zeit lang Burlapsack wie in der Mütze oder Mütze Peter, komm Well you are there Bing bong, bing bong, bing bong Das ist auch das einzige Stück Was ich spielen kann Seit 25 Jahren Das ist auch das einzige Stück Was ich spielen kann Seit 25 Jahren Baby, hey, kommst du es Was ist das Stand da irgendwie Schlechtwetter-Server Oder war das hier los? Gibt es da nicht Oh, im europäischen Raum war er heute in Sitt In Sitt Habe ich verstanden, Lamasse weg Ein Sintflut Oder was wolltest du sagen Nein, heute war er europaweit Regenreich Dafür ist das irgendwie anhängig In letzter Zeit hat es eigentlich mit selten bis gar nie ab und selten geregelt Hast du denn einen Scope gefunden Oder was? Ja Cool Aber willst du es jetzt plötzlich? Nein, nein Ich höre es schon Aber nicht jetzt Der Zombie ist immer noch hinter uns Ja, ich scheiße auf den Zombie Ich bin am überhitzen Ja Nein, du erhitzen Das habe ich ja noch gar nicht War immer noch hot Weil er mich ja vorhin verbrannt habe Jetzt steht Overheating Und kommt fast im Sekundentakt Ich hoffe mal ich sterbe jetzt nicht Soll ich dich mal anpissen? Siehst mich die ganze Zeit an Ich stelle ich da wenigstens mal in einem Busch oder sowas Der ist ja schon sehr offen Man weiss nicht wo der nächste Bekloppte ist Ich werde selber versuchen abzutrieben I'm cold, I'm shaking Bei mir ist es genau umgekehrt Hehehe Weißt du? Weißt du? Ich trage dir noch was hin Was ist das denn? Heatpack? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen Du hast noch vieles nicht gesehen, mein Traum Aktivite 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 Ja Es gibt da auch Sachen, die möchte ich nicht sehen Ich probiere das mal Passiert aber nichts Was ist das? Ich versuche jetzt mal was, ob das mich abkühlt Ich versuche jetzt mal was, ob das mich abkühlt Ich glaube nicht Ja Für alle drei Sekunden kommt zu einem Overheating rot Ja bei mir habe ich gut da Jetzt ist es runter auf unten, jetzt führt das Was? Also kommt das und zweit Auf unten Giffen Hast du deine Sachen, hast du deine Jakons oder nicht liegen lassen? Nein, ganz bestimmt nicht Giffen 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 Oh, ich seh schon den Hügel, den Military Base Hügel, ich seh schon, er kommt zum Military Base und treffe mir dreckige Schweine umgewiebt. Muss man nicht immer so negativ denken. Das kann ich schon, das kann ich auch alleine. Ich glaub du musst den in die Hosen tauschen stecken. Was im Rucksack, wo auch nur der Rucksack war. Das ist kein Ferngas. Was im Rucksack, wo auch nur der Rucksack war. Weißt du, was mir heute besonders aufgefallen ist? Nein. Dass wir noch kein Server Restart hatten. Das ist völlig untypisch für uns, oder? Ja, das stimmt. Ist das ein Stein, oder liegt da einer auf dem Berg? Aufnehmen mal nicht, dass da einer liegt. Naja, geh mal hier an der Mauer entlang, da sieht er uns. Kann er uns nicht sehen, wenn das nicht doch ein Stein ist. Geh rein. Geh rein. Ja, das ist richtig fettig. Das war ja so klar. Als wenn ich es nicht gewarnt hätte. Ich gr Halte Rancho-Brumm perceive der Rucksack, also schauen, was der Rucksack gemacht damit auch allesinally schon? Ich habe jemanden mit dem einen Teilbereich.